Probieren wir es mal. Es gab da so, also den Unterschied vom Empfinden, den kann ich ganz gut verstehen, weil ich bin jetzt schon zweimal von ganz weit oben runtergeflogen, hat mir weh getan. Also der hat ja auch, ich kann mir, da gibt es den Befehl TPS, also die Ticks per Second anzeigt. Und die sind im Moment bei 9 und 20 wäre eigentlich das, was sein sollte. Ab 6 oder so ist es fast unspielbar. Wo kommt die Spinne her? Das ist so einfach? Also ich habe auch vorher noch mal probiert, ein paar Plugins noch zu updaten, habe auch ein paar unnötige rausgenommen, aber das hat sich nicht wirklich verbessert. Jetzt habe ich... Irgendwas zickt. Wie kann es sein, dass ich nicht einen Lohnstab habe? Hm. Das ist schon ein Gas. Vielleicht hat Lutz sie genommen für Verbrennungs-Power. Okay, ich habe welche gerufen. Aber ich hatte in der Kiste nicht einen mehr und wir haben halt ein paar. Was ich jetzt mal kurz reinmachen will, ich habe so einen Raytracing-Shader. Ich mache den einfach mal rein und schaue, ob man die Kitzel will. Ja, wiedersehen. Ich bin schön mit dir. Ich meine, hier ist gleich die Zukunft. Ne, ne, es ist halt nur von den FPS ein bisschen uncooler. Aber es ist nicht die FPS, es ist fucking... Wie heißt es, wenn man sich... Wenn man die Kamera bewegt? Motion-Blogger ist anders und wo ist das denn? Motion-Blogger, verpiss dich, du... Dummer, hässlich. Kann sich noch jemand drinlegen oder einer rausgehen oder muss nur einer schlafen? Einer mal schlafen. Äh. Ich bin nicht Motion-Blur. Nicht? Nee. Du bist Motion-Blur, man. Ich bin Motion-Schmör. Also, hm. Vielleicht gefällt mir nicht. Wieso hat sich die Neid jetzt nicht geceleratet? Oh, doch, guck mal. Ich bin unsicher. Das hat jetzt ganz schön lang gedauert gefühlt. Ja, weil er rumleckt. Ich habe auch gerade dreimal so lange gebraucht, einen Apfel zu essen als sonst. In-game. Ich weiß nicht, es sind so bei so 21 Uhr rum. Oder so. 25 meine ich, 26? Ja, so. Aber hey, sieht nicht mal so krass aus, weil ich kein passendes Texture-Pack dazu habe. Ja, scheiße. Das Ding ist, also, ja, meine GTX 79 ist abgefackelt fast, als ich das probiert habe mit Texture-Pack. Sollte es vielleicht auch mal aufmachen und des Dingens nachwechseln. Wie heißt es das? Wie heißt es? Fuck, fuck, fuck. Genau. Das passt schon alles. Die packt es halt nicht. Das ist das Problem. Und noch Gray-Tracing macht halt echt nur Sinn, wenn du eine RTX-Grafikkarte hast. Weil die das berechnen können, ohne, ja, einen extremen Rechenaufwand dabei zu haben. Tobi, tobi, tobi. Es gibt aber auch irgendwelche anderen Dinge. Ey, ich bin hier nicht, wie nicht diese von RTX. Ach, ich, weil ich kann keine, ich kann keine Wörter gerade. Ich höre einfach auf. Ja, hab mal hier Schnauze. Ständig, wir fallen die Wörter einfach nicht ein. Ich, kotzerblut. Mehrfalls ständig Wörter ein, aber es ist meistens die Fallstaubung, wenn ich dich wundi und wundi schon mehr. Ach, da bin ich sauer auf mich. Aber mehr auf euch. Ja gut, das ist verständlich. Als ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, gab es das alles noch nicht, ey. Als man noch nicht sprinten konnte, ekelhaft. Ja, ich erinnere mich noch, dass nur Frau. Vorsicht, da ist, da ist ein, warte mal, wie weit kann man, wie viele Blöcke kann man springen? Vier. Schafft man zwei ohne zu sprinten? Da ist ein, genau, Vorsicht, das sind drei, da hast du dreier Lücke, da kommst du dich vorbei. Du machst mir Angst, schon mal mit der Vergangenheit. Ja, ich auch. What the fuck? Ja. Du, ach. Jetzt muss ich wieder meinen Lager fliegen und das ist gerade gefährlich. Ah, Colz, au. Au, au. Haben die letzten 100 Jahren irgendwie ganz schlimme Schmerzen? Ich habe ein bisschen Angst. Die ersten 100 Jahre? Ja, ich weiß nicht, ich bin gerade volle Kanne gegen die Wand geballert, aber da war kein Auer. Du bist einfach immun gegen Schmerzen. Das kann sein. Ja, fünf Minuten später bist du halt plötzlich tot. Fuck. Wundervoll. Was ist denn hier passiert? Ich habe einen Wald gebaut. Ach so, darum sind hier so viele Steine. Ja, ja, ja. Das ist Steinwald. Oh, no, no, no. Ach, Gottchen, du dreckige Sau. Ach, Gottchen. Oh, 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 oh. Ich will mich wieder anschauen. Jolioni und seine Abenteuer auf dem Pferdehof. Glaubst du, ich kriege es hin, dass das hier nicht super scheiße aussieht? Ich glaube es ja nicht. Nein. Wo, wo, was machst du gerade, mein Kind? Atlant-Talanta. Ich will es nicht Atlantis nennen, weil es nicht wirklich Atlantis ist. Es ist eher so ein Unterwasser-Galigkeit. Es ist Atlant-Talanta? Es ist Lanterne. Äh, Land-Therne? Ja. Hallo, Freund. C, 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 C. Ich drück die C-Tasse, um zu zoomen, übrigens. Hat nicht geklappt. Ich hab's auf Q, wie. Kug mal da unten. Oh, ich werfe Dinge mit Q. Ich werfe Dinge mit Erde, glaube ich. Aber das mach ich jetzt nicht, weil das Lutzschwert. Ach so, ist das nicht eher ein Grund dafür? Nein, ich will das behalten. Wenn du es so sagst, whoop. Nee, ich hab dem das geklaut, weil das Looting hatte. Das hat's mir gegeben. Aber geklaut klingt cooler. Ja. 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 Oh, nein. Ein Terraria, wenn das Update kommt, dann kann man Blöcke mit anderen Blöcken tauschen, ohne es abzubauen. Das wäre die Scheiße, ey. Und geht es in Minecraft? Ähm. Wenn man es ganz fest drückt und mehr Bosse weit macht, dann wird das schon gehen. Ah. Mit WorldEdit geht das. Ja, gut. Auch wahr. Da kann ich Erde in Diamantblöcke verwandeln, ohne sie abzubauen. Ihhh, aber wo wir Kohle in Diamant brennen konnten. Das war schön. Ich hab das immer der Erdchen mal reinschmeißen und gucken, ob es noch geht. Ich hab das noch irgendwo. Ja, nee, ich glaub nicht, dass sie das brauchen, aber lustig war es. Da hoffen sie ein Blubberwasser. Blubberschlummer. Pack den Schnitzel in die Gouche. Nee. Nee, I say. Nee, I say. Tudel, du. Was ist eigentlich aus Rocky geworden? Ja, der ist tot. Ach. Schon wiederum gemacht. Ja, 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 ja. Der kann nicht einfach ständig sterben. Weißt du, da waren so kleine Fliegen. Ja. Und gegen dir kann er gar nichts machen. Ja, gut, verständlich sind auch kleine Fliegen. Wie soll man dich erwischen? Ja. Nein, der Fliegen sind dumme Huren. Sag dir meine Oma immer. So, haben wir schon mal Juanpunch gesehen. Moskitos, weißt du, und Fliegen sind relativ ähnlich. Ich hab Juanpunch noch nicht gesehen. Echt? Die erste Schaffel? Ja. Ja. Du kranker Bastard, krass. Ja. Das ist ja nicht scheiße. Ich weiß nicht. Schon da. Man spielst du eigentlich Yoshi's Story 100% durch. Was ist Rob? Der Server schmeißt teilweise über 800 Tics aus dem Fenster. Egal. Ah, wie wenn schon wer streamt. Meine Aufnahme geht jetzt 20 Minuten. Ich könnte ohne Probleme kurz Pause machen. Ja, wenn du willst, können wir das. Dann holen wir uns alle den Scheiß. Okay. Bis gleich ohne Shader, aber mit Döner netter.